... den Wasserfall hinunter, indem er die Brücke zerstört. Das ist natürlich nicht nett. Und wir sind in einem absoluten Hasslevel. Ein Unterwasser. Aber so nach der Zeit kann man sich auch so in ein Level gewöhnen. Ich hoffe, wir kommen ja einigermaßen schnell durch. Das wird schlecht. Die Dinger hier müssen wir nicht zerstören, sonst geht darunter der Boden nicht kaputt. Und das wäre natürlich ein Vorteil. Ui, oh, Wasserdoll. Da mag doch der Igel gar nicht gewaschen werden. Der bleibt lieber stinkig und blau. Und wahrscheinlich, wenn man ihn waschen würde, dann wäre er grün oder so. Bestimmt einfach nur eine dreckige Schicht blaues Zeug. Aua, das war nicht geplant. So, hier machen wir so kein Spin Dash, damit wir um den Looping kommen. Und dann, und dann, und dann, und dann. Ja, es ist natürlich doch, dass wir unser Schild verloren haben. Normalerweise sollte das nicht... Wow. Ach ja. Ach ja. Wenn wir kein Schild haben, dann haben wir die Möglichkeit mit nochmal die Spunk-Taste aktivieren. So einen kleinen... So einen kleinen... Na, wie nenne ich... So einen kleinen Spin in der Luft durchzuführen, wodurch wir ein bisschen... Immun gegen Schaden werden, beziehungsweise können... Äh, Gegner ein bisschen leichter vernichten. So, so stachelige Gegner, ohne dabei wirklich getroffen zu werden. Aber wir treffen sie. Das ist, äh, ein bisschen kompliziert. Hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie das genau funktioniert. Aber, naja. Auf die nächste Special Stage. Oh ne, nicht die. Die mag ich doch nicht. Ja, und irgendwann kommen wir halt auch wieder zurück in die zweite Special Stage, die wir schon verhauen hatten. Äh, die ist jetzt nicht auf Nimmerwiedersehen weg, sondern... Wir müssen... Nein! Shit. Ich wollte sagen, wir müssen die anderen halt auch alle mal gemacht haben, um dahin zurückzukehren. Aber... So nicht. Das wird doch nix. Nee, nee, nee. Huai. 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 Und ein Miniboss. Man hat es vielleicht schon an der Musik erkannt. Aber auch dieser Miniboss ist nicht allzu schwer. Dann setze ich jetzt oben drauf, wirbe gleich das Wasser so ein bisschen. Und hier drunter einfach so ein bisschen draufhauen und fertig. Sehr simpel. Gerade mit dem Wasserschild. Wenn man kein Schild hat, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber machbar. Juhu. Wir haben ein extra Leben bekommen. Weil wir 50.000 Punkte erreicht haben. So, jetzt kommt ein Part, den ich nicht so gern mag. Nämlich... Gibt's hier die Wand, die einen hier zerpetschen möchte. Und das muss natürlich nicht sein. Das... Ist nicht so das, was ich so gerne mag oder so. Das muss wirklich nicht sein. Die wird nicht schneller oder sowas. Sie hat ein konstantes Tempo. Aber... Generell hasse ich solche... Passagen, wo sowas überhaupt passiert. Und dann hat es ja gerade mal so geschafft. Jetzt verfolgt es einen nicht mehr. Jetzt kann man hier ganz entspannt durch das Level durchdüsen. Und hoffen, dass man irgendwann auf den Impost trifft. Die kleinen Haifische hier mal, die fliegen können. Mal vernichten. Da kommen auch keine Fische raus, sondern irgendwie Hühnchen oder so. Warum sollte auch aus einem Haifisch-Roboter ein Fisch rauskommen? Das wäre ja total unlogisch. Vor allem der arme Fisch wäre ja dann ein Land. Das geht ja noch weniger. So, dann haben wir hier... Das Muschel-Roboter für sich. Und weiter. Mit dem Propeller hier, die ich manchmal nicht so ganz erwischen tue, wie ich es gerne würde... Aber geschafft. Oh nein, Wasser! Nein! Nein, nicht auf Wasser laufen! Ist auch so logisch, dass er auf Wasser laufen kann. Das war halt damals ein Stück weit moderne Technik. Dass, wenn man ein bestimmtes Tempo hat, dass er dann etwas laufen kann, dass er normalerweise nicht kann. Da wollten sie halt mehr zeigen, dass er technisch begabt sind als alles andere. Die Leute von Sega damals. Auch mit dem Hintergrund ist er sich da so in verschiedenen Etappen bewegt und sowas. Das war alles damals Technik. Das wollte Sega unbedingt zeigen, dass wir sowas können. Dass wir quasi so Möchtegern-3D-Hintergrund-Effekte bringen wollten. Bisschen auch für damalige Verhältnisse auf jeden Fall sehr gut gelungen. Kann man nicht anders sagen. So, da oben könnte man jetzt hochfliegen, wenn man Tails als Koop-Partner hätte. Dann könnte er fliegen und könnte mich da mitnehmen. Und ja, das geht, dass man da miteinander fliegen kann quasi. Das sehen wir später auch nochmal. Obwohl wir nicht Koop spielen, sondern es ist da vom Computer quasi gesteuert. Dann können wir uns an ihn ranhängen und auch mal was ganz tolles machen. Ganz toll in Anführungszeichen. So. Jetzt aber weiter hier im Text. Wir müssen ja immer noch den Knuckles und den Dr. Robotnik aufhalten. Ja, so nicht. Okay. So, komm mal her. Komm mal her, komm mal her. Wir müssen nochmal darauf. So. Nein! So nicht. Du, 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 du. Oh. Sackgasse. Und nun? Ein Schalter. Und nun? Knuckles-Musik. Das klingt nicht gut. Ne, ne. Das ist natürlich schlecht, was der Knuckles hier mit uns macht. Das ist auf jeden Fall nicht nett. Und natürlich erwartet uns hier auch wieder der Dr. Eggman, Dr. Juhu Robotnik, oder wie auch immer man ihn nennen möchte, Eierkopf. Der ohne Glatzi. Und dann macht er so einen Strüll, auf den kann man sich so kurz draufstellen und kann da drauf springen auf den Eggman. Dann macht er hier so Wasserbomben, die explodieren und durch den Wasserstrahl, den die wiederum erzeugen, kann man da auch hochgeschleudert werden. Aber, man sollte natürlich aufpassen, dass man nicht von der Explosion der Bombe an sich getroffen wird, das macht natürlich Schaden. Aber wir haben das ja hier jetzt auch lockerflockig gemeistert. Juhu, Akt 2 auch fertig. Ja, ich weiß, ich habe viele Punkte. Oh nein, Wasser.